Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spec Ops The Line Folge 12. Mein Ventilator ist auch wieder dabei. Hallo! Oh, das war ziemlich hoch von ihm. Böser, böser Ventilator. Äh, ja. 23 Meter. Weiter geht's. Ich hoffe, das geht jetzt einfach auf. Eintreten geht. Woppa! Ganz unten ist ein Parkhaus. Hinter Ihnen! Oh yeah! Oh scheiße! Worauf wartet ihr? Firehouse hier. Der Firehouse aus Middle's Edge. Nee. Ich werde hier nicht Händchen halten. Nicht? Ich will aber. Hm. Der hat keine Gefühle, der Kerl. Hä? Achso. Muss auf die Treppe schauen. Wie hinten muss? Nee. Gut, gehen wir weiter. Ein Lichtschirm und Feuerchen. Oh, das ist ein Flair. Gehen wir aber weiter. Was steht denn da? Protected by the... ...Faferred. Wir sind nicht allein. Echt nicht. Glaubst du jetzt? Jetzt merkst du, dass wir nicht alleine sind. Das ist ja unglaublich. Scheiße! Was im Feinde! Ich muss grad nochmal neu spielen, da der Kontrollpunkt irgendwie nicht geladen hat. Hilfe! Obwohl das ja eigentlich, äh... ...normal wäre, wenn ich jetzt am Anfang sterbe. Was ich ja eigentlich, äh, bei mir... ...gaggäun gebe. Ja, ich brauch Deckung. Hallo. Stell dich mal vor mich. Tango erledigt! Tango erledigt! Ich find das Visier so cool irgendwie. Ah, hier sind wir. Ich brauch hier Deckung! Ich brauch hier Deckung! Bäm! Bäm! Die laufen mir alle im Visier. Was hat der hier? Der nicht. Der nicht. Ah, Errogenschaft freigeschaltet. Konnte ich jetzt nicht mehr lesen, aber eine Errogenschaft hab ich. Ja, ich hab noch Munition, der... Wie gesagt, die Waffen könnten sich jetzt ein bisschen abändern aus der letzten Folge. Da... ...äh... ...ich das nochmal neu spielen musste. Nur den kleinen Teil und Schluss, aber trotzdem. So, gehen wir mal hier hin. Wechseln die Waffe und wechseln die Waffe dann. Bamm, 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 bamm. Hab ein! Hab's neu. Jo, jo, du hast neu. Nicht schrönt, Flindel! Bäm! So, nachladen. Rotte doch! So. Bäm, bäm, bäm. Bäm, bäm, bäm. Wechseln wir die Seiten. Pam, 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 pam. Komm zur dunklen Seite, der der macht. Pam, 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 pam. Schwerer Trooper? Nein, 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 nein. Wo ist der? Kein schwerer Trooper Darauf hätte ich jetzt gar keine Lust Ich habe nicht mal eine Granate für ihn Oh oh Das war cool gewechselt Ich versuche jetzt mal Unterstützung von meinen Leuten zu kriegen Wenn ihr irgendwann mal einen Tipp für mich habt Vielleicht um den zu erledigen schneller oder so Das wäre echt geil Weil der Kerl Ist so Nervig Und vor allem schaffe ich den nie Schafft ihr Aber vor allem ist der größer als wir alle Keiner weiß warum Nein 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 Ob das was wird Er kommt näher Das ist wie so eine Leiche Ich kann Ich habe keine Munition Ihr macht den schon fertig Ihr macht den schon fertig Es schafft ihr locker Wie kann ich nochmal schlagen Ich kann nichts machen Bam Arm tot Du bist tot Ausrufezeichen Ich finde am besten Das ist der beste Laderscreen den ich je gesehen habe Der ist schick Zeigt irgendwie auch was räumliches an Muss mal kurz räuspern Ja Manchmal muss ich ein Manchmal muss man husten Hust 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 Jetzt wollte ich gerade irgendwie auf QWR legen Also League of Legends oder Dota like halt Aber naja So Immer diese langen Ladescreens Töp 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 Moment Hier stimmt was nicht Oh nein Nicht ernsthaft Echt Ja wir haben Kontakt Ist ja gut So gut dass wir Kontakt sind Frameracing Pam Der kommt mal weg Ich muss hier kurz mal auf Pause gehen Dummdi 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 dumm Ich überspiele es auch so ein bisschen Dummdi 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 dumm Nicht weiter zu viel Beschussverdammt Geht irgendwie immer noch nicht Oh Ventilator verlass mich nicht Verlass mich nicht Ich brauche deine Ich brauche eine größere Hilfe von dir So jetzt habe ich ihn mal ein bisschen stärker gestellt Mal gucken ob es was hilft Ich weiß es nicht Ich gucke nochmal Ja doch Guter Ventilator Gern geschehen Wow Okay 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 Es war nachladen Schieß ruhig aufs Auto Ist okay Ist okay Pam 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 Dass er das so heben kann Da 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 Oh nein Oh mein Gott Pam 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 Mum Wow Pam Schwere Truppe Vorsicht Nein Da ist er wieder Ich hab keine Granaten Das ist das Schlimme Ich hab halt eben keinen Ich hätte jetzt gerne Ich würde jetzt gerne so ein Auto nehmen aber Ja komm Ey Geht doch kacken, ey, du Mistviech. Alle. Zehnen sind der Hölle. Blende die Arschlöcher. Das war jetzt geil. Blende die Arschlöcher und dann, ich kann nicht sehen. Nein, nein, nein. Das ist eine schwierige Stelle, muss man dann so sagen. Also, das ist echt eine schwierige Stelle. Man hat so wenig Munition. Gut, dass ich die Granaten gefunden habe, aber das bringt mir jetzt auch nicht viel, wenn ich nicht weiterkomme. Tut mir leid dafür. Elite-Einheiten erkennt man an den dunklen Uniformen und speziellen Abzeichen. Vorsicht, sie sind gut ausgebildet und schwer gepanzert. Das merke ich. Wir sind nicht allein. Vorsicht! Feind! Das Geile ist immer, es leckt gleich. Gleich am Anfang einfach mal. Deswegen kann ich wohl auch nicht so gut spielen. Na toll. Ja, schon der dritte Tod ist ja toll. Und jetzt wieder ein Ladescreen. Ich frage mich, ob ich das ohne Let's Play besser könnte. Hier stimmt was nicht. Ich glaube es aber nicht. Sie stimmt. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht alleine. Wir sind entdeckt. Wir sind nicht allein. Wir haben Kontakt. Und jetzt habe ich wenigstens noch eine andere Waffe. Pam, pam, oh. Das lag schon wieder so. Warten wir mal kurz. Dummdi, 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 dummdi. Er will nicht so, wie ich will. Fünf Frames. Und jetzt hat er gerade gehangen. Ich weiß nicht, ob er das gesehen hat, aber er hat gehangen. Ich hoffe, dass er nicht abstürzt. Oh, oh. Können wir da drüben, ne? Okay, ich zieh mal hier einfach. Und da. Alter, ist ein Geschütz. Fuck. Er ist ungeschützt. Oh, fuck. Bam. Haha, bam. 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 Chuck, Chuck. Also man muss hier echt aufpassen. Das ist schon... Schon gut. Boah, mit der Schrotflinte. Granate. Explodiert kann ich. Nein, da kommt er wieder. Boah, nein, 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 nein. Boah. Konzentriert euch auf den hinterm Auto. Ich lege ihn um. Auf dem hinterm Auto. Na ja. Granate raus. Es ist situationsbewusst da. Vorsicht, Feind bewegt sich. War gerade ein Erfolg hier. Scheiße. Unter Beschuss. Gehe in Deckung. Haftgenautet. Ja. Ich hab ihn. Jetzt kann uns nicht mehr... Nicht mehr viel geschehen. Zum Glück. Also das sieht jetzt richtig gut aus für mich. Schmeißen wir mal da eine Haftkanade hin. Ne, da nicht. Oh, oh. Huuuhu. Hupf. Ah, die andere ist leer. Dann wechseln wir die mal mit der Arca hier drüben. Das war jetzt... Seht ihr, wie der wechselt? Das ist geil. So würde ich auch wechseln können. Hup. 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 Naja, gut. Lass mal den Spaß machen. Da müssen wir uns vorarbeiten, schätze ich mal. Okay, okay. Komm her. Komm her. Guck raus. Guck raus. Mä. Wahrscheinlich. Der alte Sack. Ich schieße auf die Lüftungen. Die sind voll Sand. Ich schieße auf die Lüftungen, aber... bringt irgendwie nichts. Ich gehe mal weiter vor. Das sind doch die Lüftungen, oder? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich gehe doch diese Dinge. Ne, das müssen wir... Ne, das ist es gar nicht. Ah. Ich weiß nicht, ob mir das was jetzt gebracht hat, aber... So, schieße nicht mehr. Das ist schon mal ein Vorteil. Oh, so. Guck her. Warte. Äh. Kill bestätigt. Oh. Behindertennachplatz. Da könnte ich parken. Naja. Ah, was haben wir denn hier? Ein Stein. Oh, ich habe das für irgendwas cooleres. Ich hasse Kameras. Hm, schade. Oh. Puh. Wir machen mal die. Ne, wir tauchen die gegen die aus. Was ist denn hier? Aha. Laden wir mal nach. Der war hier drin und hat keinen Kopf mehr. Wie das aussieht. Naja, wir haben auch ein paar Tote. Der hat Riggs wohl erledigt. Okay. Weiter geht's zum Aquatic Kolosseum. Ich, ich auch nicht. Aber Riggs und seine Männer sind gerade die einzigen, die uns nicht töten wollen. Stimmt. Überlegen Sie sich, wem die Hände sind. Ohne Wasser. Hätten alle in dieser Stadt sterben. Auch Ihre Männer. Riggs will niemanden retten. Er will die Wahrheit begraben. Zusammen mit den Leichen. Ich bin hier da, hören Sie. Ja, Sir. Draußen sammeln sich Aufstände schön. Halten Sie sich in Bereitschaft, während wir die Sache regeln. Verstanden. Wir haben uns nicht auf dem Schirm. Erleicht dich, die Wichser. Ich habe gerade einen Schalldämpfer drauf getan, wer es nicht gemerkt hat. Intuitiv habe ich richtig gehandelt. Und habe mir einen Schalldämpfer drauf gebaut. Ich wusste nämlich gar nicht mehr, wo die Taste war. Das ist anscheinend jetzt so ein bisschen Schleichlevel-mäßig. Finde ich, hätte ich gesagt, geil. Sowas liebe ich, ja. Also, wie gesagt, ich liebe so etwas. Kann man die andere vielleicht damit ausstatten? Nein, da kann man diesen zielfernen Modus. Nicht ernsthaft, oder? Wow. Da ist ein Sniper. Wir kommen noch mal damit. Wir kommen noch mit dem Herdgeschoss vor uns. Wow. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Du bist tot. Das weiß ich doch. Naja, auf jeden Fall, was wir da erleben in diesem Stadion, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr weiterschaut. Und ich hoffe mal, dass ich dieses Jahr noch 100 Abonnenten kriege. Und ja, ich bedanke mich und tschüssel und tüldü und was auch immer. Au revoir. Ciao.